Sila Sahin ist als Freundin von BVB-Kicker Ilkay Gündogan nun endlich in der Riege der Spielerfrauen angekommen. Das erste Mal im Stadion gewesen, einfach überragend postet sie zu diesem Instagram-Foto und zeigt sich danach inmitten der anderen Spielerfrauen, wie zum Beispiel Kathi Fischer, Rhiannon Woods und Anna Lewandowska. Topmodel Hanna Nietzsche ist nichts zu peinlich, auch nicht mit Helium-Micky-Maus-Stimme ihren Fans auf Instagram ein Ständchen zu singen. Wesentlich besser klingt da schon die Stimme von Kim Gloss, wie diese ebenfalls auf Instagram beweist. Ihre Fans sind begeistert, Hammerstimme schreibt einer. Heidi Klum ist nicht nur Model, Moderatorin und Mutter, sondern engagiert sich zudem auch noch für das Rote Kreuz. Am Wochenende wurde sie dafür mit dem Crystal Cross Award ausgezeichnet, herzlichen Glückwunsch. Und Sängerin Senna Gemur ließ es mit Modelfreundin Bonnie Strange am Wochenende so richtig krachen und präsentierte auf Instagram mehrere Bilder. Doch bei diesem Foto sind nicht die Mädels Mittelpunkt, sondern vor allem ihr männlicher Begleiter links im Bild. Oh mein Gott, wer ist der linke Boy? Oder oh ja, der linke Voll-die-Sahne-Schnitte schwärmen die weiblichen Fans. Da waren Bonnie und Senna ja in schöner Gesellschaft unterwegs. Und damit bis zum nächsten Update.